Ein brutaler Überfall in einer Tierhandlung fordert jetzt den Einsatz von Polizeikommissar Christian Mannt und Polizeioberkommissar Lukas Becker. Da die Melderin niedergestochen wurde, ist ein Rettungswagen bereits verständigt. Wollen wir mit Waffe reingehen? Ich hab die Hand dran. Links ist auch frei. Ich geh nach hinten. Hallo, die Polizei, hallo. Kann uns jemand hören? Links ist frei. Hallo. Können Sie mal... Messer! Das Messer weg. Legen Sie das Messer auf den Fußboden. Das Messer hinlegen. Hinlegen, ja. Jetzt auf die Seite gehen. Gehen Sie rüber und runter auf die Knie. Runter auf die Knie. Ich steck die Waffe weg. Ich sehe noch jemand. Die Polizisten ermitteln, dass die Ladenbesitzerin durch ein Messer schwer verletzt wurde. Da sie zunächst nicht vernehmungsfähig ist, befragen sie den einzig mutmaßlichen Verdächtigen. Dabei erfordert die emotionale Schwester des Mannes von den Beamten einiges an Geduld. So, können Sie mir mal verraten, wie Sie heißen? Nein, wie kappt. Wie nein? Ja, vermutlich auch. Myrkulot ist mein Name. Myrkulot. Myrkulot. So, passen Sie auf, wir setzen Sie jetzt mal hin. Ja, dazu... Wo willst du denn sitzen? Ja, ich würde sagen, jetzt einfach mal kurz hier hinsetzen, ja? So, Beine ausstrecken, damit die durch Blut umläuft. Können Sie so sitzen, ist das okay für Sie? Ja, ja, ja. Gut. Können Sie mir jetzt mal verraten? Erstmal muss ich Sie jetzt belehren. Falls Sie hier eine Straftat begangen haben, müssen Sie dazu nichts sagen. Sie können den Arzt hinzuziehen, Sie können den Anwalt hinzuziehen. Anwalt hinzuziehen. Ja. Anne? Anne? Ja. Hallo, die Polizei ist hier. Sind Sie gerade mal hier vorne? Bleiben Sie mal bitte weg. Bleiben Sie mal bitte weg. Bleiben Sie mal gerade hier vorne. Wer ist das? Ja. Ihre Schwester? Ihre Schwester. Ja. Anne ist wer? Die Landesitzerin. Wo kommen Sie denn jetzt her? Arbeiten Sie hier nach der Kleidung zu urteilen? Ja, ich arbeite hier. Ja, natürlich arbeite ich hier. Und das ist meine Chefin. Ich frage Sie jetzt auch nochmal. Ich habe Sie ja jetzt schon belehrt, aber das kommt mal her nochmal. Waren Sie das? Das kann ja nicht gewesen sein. Ja, doch. Ich habe ihm doch den Job, nein, ich habe ihm doch den Job hier geschafft. Mirko, du hast mir versprochen, dass nach der letzten Geschichte, das ist... Mirko, bitte, sag die Wahrheit, du warst da. Er würde doch nicht einen niederstellen. Ja, die Dame, die Ladeninhaberin, die hier verletzt am Boden lag, ich habe da jetzt keinen Blick drauf gehabt, wie schwer verletzt sie war. Da gilt es natürlich als allererstes, dass die Rettungskräfte erstmal arbeiten können und wirklich der Person die beste Hilfe zukommen lassen. Und wenn dann eine aufgebrachte Freundin oder wer auch immer dazwischen funkt, dann ist es immer eine hektische Situation. Und da muss man dann einfach die Personen, die da jetzt gerade nichts mehr zu tun haben, einfach raushalten, auch wenn die gerade emotional berührt sind und da möglicherweise auch helfen wollen, die muss man einfach weghalten und die, ja, die zuständigen Kräfte arbeiten lassen. Tresor offen. Der ist auch ausgeräumt, oder? Also, drin ist nichts mehr. Lassen wir jetzt mal nicht an. Für die Spurensicherung. Okay. Schaust du noch einmal raus, ob hinten irgendwer noch kompiativ ist? Ja. Nämlich, dass uns hier gleich noch einer in die Richtung kommt. Was ist denn hier? Was hat er gesagt? Wie heißt er? Äh, Loth. Mirko Loth. Mirko? Das ist ein kleiner Innenhof. Also hier ist irgendwie so ein Arbeitsplan, da steht er auf jeden Fall drauf. Mirko Loth. Ja. Wir wissen, dass hier am Montag, der war wohl heute Morgen hier zum Arbeiten. Aber hier gibt es auch noch einen Loth. Schau mal. Jakob. Jakob Loth. Okay. Ist Lohnabrechnung auch okay? Lass uns mal rausgehen. Zu den Kollegen. Vierstellige Zahlen vor einem Tresor. Also, wenn der jetzt davor lag. Nach dem Fund zweier Becher mit frischem Kaffee müssen die Beamten klären, ob diese vom Täter stammen. Unterdessen verstrickt sich der Verdächtige immer mehr in Widersprüche. Äh, Herr Loth. Sie haben gesagt, Sie arbeiten hier, oder? Ja, ich arbeite da. Waren Sie heute Vormittag oder heute Nachmittag da? Ach nein, heute Mittag bin ich jetzt da vorbei und wollte eigentlich was... Waren Sie mit der Dame verabredet, mit Ihrer Chefin zufällig? Nein, ich wollte die Tiere mitnehmen. Ich brauch das Geld und dann kam sie vorbei und da war das Messer und das ist mir einfach ohne zu überlegen, ist das passiert. Das... Ich kann wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Sie wollten die Tiere, um Geld zu bekommen? Ja, ich brauch das. Ich brauch Geld und dann hab ich die Tiere... Erzähl deinen Blödsinn, bitte. Das stimmt doch alles gar nicht. Haben Sie Geldsorgen zu Hause? Nein, haben wir nicht. Als wir dann die Parteien draußen hatten und sich da solche Widersprüche ergaben und er sagte, dass er die Tiere verkaufen wollte, weil er Geldnot hat, da stimmte das ganze Bild irgendwie nicht mehr. Und dann hat er für mich irgendwie versucht, da jemanden anderen zu schützen, indem er das auf sich genommen hat. Vielleicht ist die Situation dann doch nicht mehr ganz so, wie sie am Anfang geschehen hat. Ich brauchte das Geld einfach und dann kam Anne vorbei und ich wusste das nicht und irgendwie ist das eskaliert. Ich weiß es auch nicht, wie genau mir das passiert ist und ich kann da gar nicht viel zu sagen. Das ist auf einmal. Ich hoffe, geht's ihr gut. Noch ehe die Ermittler wegen der Kaffeebecher ermitteln können, erscheint der Sohn des mutmaßlichen Täters. Seine Aussage bestätigt den Verdacht der Beamten. Der Mann hat gelogen, die Gründe jedoch sind noch unklar. Jakob, du sagst gar nichts, du hältst den Mund. Sie sind jetzt auch mal ruhig. Was ist denn, was los ist? Steh mal bitte aufs Auto. Der ist noch lauwarm, der Kaffee. Haben Sie Kaffee mitgebracht? Könnt ihr ihn mal in die Taschen fassen? Könnt ihr ihn mal abtasten? Beruhig dich mal eben. Guckt doch mal bitte, was er in den Taschen hat. Alles gut? Sie bleiben hier stehen? Ist gut. Alles klar. Aber was ist denn passiert? Folgendes. Einbruchsdelikt, schwere Körperverletzungen mit einem Messer, Ladenbesitzerin, Sie arbeiten auch hier? Ja. Sind Sie jetzt so willig Jakob und Lohd? Was ist denn das für Schlüssel? Das ist der Schlüssel vom Laden. Vom Laden? Ja. Haben Sie zufällig auch die Kombination vom Safe? Haben Sie die? Die ist in den Ordner. Die ist in den Ordner? Ja. Also ist Ihnen die auch bekannt? Nein. Die hat meine Schäden. Okay. Dreht die mal bitte rum. Alles klar. So. Dann will ich jetzt noch mal wissen. Das Messer hatten Sie ja gerade in der Hand. Ja. Ja. Ist das Ihr Messer? Weil das ist ja schon charakteristisch. Ja, das ist mein Messer. Woher kennen Sie das besser? Du bist ruhig. Woher kennen Sie das besser? Ja. Das ist von einem Kumpel von mir. Mit dem, den ich gestern feiern war. Was? Wie das? Florian. Ruhig. Beide ruhig. Wir fahren in die Stadtklinik. Ja. Wenn noch was ist, kommt der nach. Natürlich. Wie immer. Alles klar. Ich danke euch. Geht es ihr denn soweit? Alles in Ordnung? Sehen wir in der Klinik. Alles klar. Danke euch. So. Kommen wir zurück zu unserem Messer. Das Messer ist von Florian. Was für ein Florian? Moment. Moment mal. Sie hatten das Messer in der Hand, als wir Sie angetroffen haben. Sie haben einen leicht verwirrten Eindruck gemacht. Sie kamen direkt von der Person weg. Wir mussten Ihnen das Messer ... Das stimmt. Wie das ist ... Wieso ... So. Und das ist ... Wem ist das Messer? Ein Kumpel von mir. Ein Kumpel von mir. Ja, mit dem war ich gestern noch feiert. Und was macht dieses Messer dann hier im Laden? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht hingebracht, definitiv nicht. Wie heißt Ihr Kumpel? Florian. Und er kann das bestätigen, dass das sein Messer ist. Ja, ich hoffe doch. Ich glaube, das ist ... Jakob. Was geht hier ab? Bitte. Haben Sie ... Ich habe auch gesehen, ich habe dich weglaufen sehen. Jetzt hör mit der Scheiße auf. Also pass auf. Ich habe hier gar nichts. Ich habe genau diesen Pullover. Ich war doch ... Mein Gott, jetzt hör auf, so eine Scheiße hier zu erzählen. Welchen Pullover? Mit diesem Scheißpunkt hinten drauf. Schön, den hatte ich gar nicht an. Was geht denn ... Den habe ich gestern noch verliehen. Was soll denn ... Den hast du verliehen? An wen? Florian. Mit dem ich gestern ... Wer ist dieser Florian? Ich habe sogar ein Bild. Sag mal, was geht jetzt hier gerade ab? Moment mal, das ist dieser komische Scheiße von gestern. Das ist er. Wer? Zeig. Der hat den Pulli an. Da hat er doch den Pulli schon an. Der ... Zeig, da habe ich ... Der Pullover, ja? Ja. Wie, den hast du gar nicht ... Das ist doch deiner. Das ist mein Pullover, aber ihm war nur mal kalt an. So habe ich ihm den geliehen, dass es doch wohl nichts verkehrtes ist. Dunkler Pullover? Ja. So, also der Pullover ... Gestern Abend ... Wir müssen erst mal selber Ordnung schaffen, ja? Sie waren gestern mit diesem Florian, waren Sie feiern. Ja. Deswegen sind Sie heute Morgen zu spät gekommen. Ja. Sie haben Ihnen gestern Abend Ihren Pullover geliehen, weil ihm kalt war. Ja. So. Sie waren heute hier im Laden. Ja. Und haben dann was gesehen, als Sie reinkamen oder hinten waren. Mir kam jemand entgegen mit einer Sturmhaube und genau diesem Pullover an. Und ich habe wirklich gedacht, dass du das wärst. Und Sie haben gesagt zu uns, dass Sie es waren, weil ... Ja, weil ich natürlich nicht will, dass er sich sein Leben verbaut. Weil Sie ihn in den Schutz nehmen wollten. Ja, das ist mein Sohn. Entschuldigung. Der Verdächtige hat seinen Freund diverse Male in der Tierhandlung besucht. Dabei erfuhr er auch von der Existenz des Tresors. Zur Ergreifung des Täters benötigen die Polizisten detaillierte Informationen. So, nochmal zu dem Florian. Wir brauchen jetzt mal Vorname, Nachname, damit wir mal eine Abfrage machen können. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht lange. Irgendwie Hauer, Haller, Haller. Ich glaube, es müsste Haller sein. Florian Haller. Ja. Machst du mal bitte was? Geburtstattung zufällig, oder? Der ist denn sein? So alt wie ich ungefähr. Baujahr? 99. Gucken wir mal, was wir rausfinden. Was fährt der für ein Auto? Wie gesagt, auch nur kurz ein kleiner grüner Wagen. Ich mach gerade eine Abfrage. Irgendwie sowas. Egon für 1526. Ich denk drüber nach. Bitte. Es ist wichtig. Es ist ein kleines gutes Auto sein. Ihr seid doch gestern damit in der Stadt gefahren. Und eine Halter. Wie gesagt, ein kleines dunkelbrunes Auto. Mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat der sonst irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er kriminell war? Irgendwelche. Braucht er Geld? Gut, die Jungs brauchen immer Geld. Aber. Ja, das wenn, wenn. Also ich glaub nicht, dass er eigentlich kriminell ist. Also wenn da irgendwas dann vielleicht Geldnot. Ja gut, aber Messer und dies und das. So. Ihnen haben wir die Handschellen abgenommen. Ja, danke. Also, dass sie ihren Sohn in Schutz nehmen wollen. In allen Ehren. Aber so eine Straftat auf sich zu nehmen. Ja und ich hab im Knast gesessen. Ich wollte ihm das ersparen. Christian Mand und Lukas Becker vermuten, dass der Täter auf seiner Flucht die Sturmmaske abgerissen hat. Sie suchen deshalb den Nahbereich nach Spuren ab. Dabei fällt ihnen schon bald ein seltsam geparkter Wagen auf. Guck mal, braucht der Mann da Hilfe vielleicht? Versucht er auszuparken? Guck mal, der ist eingeparkt, glaub ich. Da hat wieder einer super geparkt. Ja. Hier, guck mal. Das ist doch der vom Foto. Ja, das ist der. Ach, jetzt hör auf mich zu verarschen. Herr Haller? Herr Haller? Gehst du hier lang, dann geh ich hinten rum. Ja, ich bleib mal hier vorne stehen. Herr Haller? Herr Haller? Sind Sie der Herr Haller? Florian Haller? Motor ausstellen. Schlüssel rausziehen, auf das Armaturenbrett legen. Ich will beide Hände am Lenkrad sehen. Moment mal, was hören Sie von mir? So. Kommen Sie mal aus dem Fahrzeug raus. Machen Sie die Tür mal mit der linken Hand von außen auf. Von außen bitte. Langsam, ganz langsam. Jawohl. Noch langsamer. Machen Sie die Tür auf. Jetzt den linken Fuß raus. Kopf raus. Und raus, 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 raus. Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Mein Gott. Kommen die Beine mal hinten überschränken. Die Hände bleiben mal auf dem Rücken. Ich lege ihn jetzt Handfessel ran. Ist ja gut, Mann. Obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen, streitet der mutmaßliche Täter den Raubüberfall ab. Doch die Polizisten lassen nicht locker. Sie konfrontieren ihn mit ihren Ermittlungsergebnissen. Wir haben dort eine Tierhandlung. Dort wurde eine Frau niedergestochen. Ich hab damit nichts zu tun. Lassen Sie mich doch erst mal ausreden. Geld wurde entwendet im Safe etc. Ihr Pullover wurde gesehen. Und es wurde ein Messer dazu benutzt, welches augenscheinlich Ihnen gehört. Nach den Zeugenaussagen, die wir haben. Und jetzt stehen Sie auf. Und dann zeigen wir Ihnen mal die Augenzeugen, die wir haben. Und dann müsste es eigentlich Klick machen bei Ihnen. Beine anwinkeln. Für mich und meine Kollegen haben sich erst mal die schwere Körperverzeugung als Straftat herauskristallisiert. Später haben wir dann noch Nachschau gehalten. Es wurde auch aus einem Safe was gestohlen. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Diebstahl, wir haben hier einen Raubüberfall. Und das waren jetzt erst mal die zwei Straftaten, die wir offensichtlich vor Ort erst mal feststellen konnten. Ist das zufällig Ihr Messer? Kennen Sie das Messer? Nein. Ist nicht Ihr Messer. Der Pullover gehört ja Ihnen. Ja. Jakob, ist das das Messer von dem Du? Wie ist sie das? Wie gesagt, wir haben alles. Wir haben hier sogar vielleicht auch Fingerabdrücke drauf etc. Deswegen werden Sie jetzt ins Auto verfrachtet. Fahren wir uns auf die Dienststelle. Fingerabdrücke, Erkennungsnietzig behandelt werden etc. Machst du auf. Der Täter hat seinem Freund den Ladenschlüssel geklaut, um den Tresor auszuräumen. Dabei wurde er von dem Opfer überrascht. Er muss sich für einen besonders schweren Fall des Diebstahls, räuberischen Diebstahls, sowie gefährliche Körperverletzung verantworten. Dem Opfer geht es wieder gut.